alle leute und diesmal nehme ich mit kopfhörer auf ich halte jetzt über meine fresse ich nehme jetzt zum ersten mal mit kopfhörer auf ich bin voll im spendefieber weil ich spende so viel ich möchte den weltrekord besiegen doch ich habe mit meiner schwester privat gezockt und ich habe in einer holzkiste gefunden und zwar in dieser free chat habe ich die hexe gefunden und mal sehen wie wir uns im kampf schlagen oh scheiße ist das laut ich setze das mal zum start die ächse dann dem bomber damit ein bisschen nach hilft naja dass wir das schaffen oh yeah ok ja schermann hier da fast ein sieg naja der neid muss nur fünf oder vier mal schlagen oder hat mini pecker wer benutzt bitteschön mini pecker ich jedenfalls nicht und die hexe wird dann bekämpfen oh ja bruder ja massimo jo bravissimo massimo Ich habe jedenfalls lange kein Clash Royale mehr gespielt, weil ich wollte auf das Release warten. Dann lösche ich Clash Royale wieder und installiere es dann auf Google Play, weil dort auf Deutsch da ist ihm Packers Playhouse, lol, jetzt kommt als nächstes die Hexe, und ich habe auch eine Hexe, warum Packers Playhouse, Arrows, jedenfalls habe ich die Skelettenarmee nicht, lol, so und jetzt Feuerball, bumm, ich warte Hexe, hm, oh, ich kenne alles Bonheur, okay, jetzt Bomber, kluge Taktik, und jetzt auf die, bumm, scheiße Akku, extrem schwach, ich bin jetzt Feuerball, bumm, ich warte Hexe, Mann, ich brauche das Ladegerät, aber mein Vater benutzt es jetzt. Oh, ich kenne alles. Ups, der hat's f... waaah? Und... bumm. Jetzt kommt die Hexe. Oh, jetzt wird's schwer. So, ich bin wieder da. Da hat nicht mal Baby Dragon. Naja, ich hab nicht die ganze Vival Games Pro. Oh, der hat doch... Oh, Mann. Ja, ich würde mal sagen, das war's für heute. Das war ein sehr kurzes Video, weil meine Batterie schon leer ist. Und das muss ich schnell fertig machen. So, wir sehen uns. Tschüss! Tschüss.